Tausende Tunesier haben in der Hauptstadt Tunis gegen die Machtergreifung von Präsident Gai Saeed protestiert und Rechenschaft für die langanhaltende Wirtschaftskrise in dem nordafrikanischen Land gefordert. Der Präsident hatte im Juli letzten Jahres auf dramatische Weise die Macht an sich gerissen und später eine Verfassung durchgesetzt, die seine Herrschaft festschreibt.